So Leute, heute haben wir ein Let's Play von Survivors. Wir sind die ersten Deutschen, hoffe ich doch mal, die Spiel spielen und zwar gleich zu dritt, weil wir ja so cool sind. Und da ist einmal der Jass-Mann dabei und der Jassi und der Paco Traschen hatte die Hose voll und ist ins Bett gegangen zu Sandmännchen. So, na dann fangen wir mal an. Das ist eigentlich genau ein gleiches Spiel wie Splendor, bloß dass so ein Kackwolf dich verfolgt, der richtig kacke ist. Das ist ein rutsches Spiel. Wie Nupagadi. Genau, Nupagadi, der hat nur durch, Alter, und der rennt dir hinterher, der rennt dir hinterher, der Wichser. Und Start, und das, und das, und das. Jo, oh Gott, die los. Oberkassender Werster, wer steht? Äh, hier, ich bin da hier, der Dinger. Alter, warte, warte, da, ah, da, ich sehe nicht, der nicht aushört. Okay, du bist ja, du bist ja, du bist ja, oder? Und ich bin das hier, der blinkt. Ja, du bist der Wahnsinn, nieder. Okay, wir sind das rechts, okay, und jetzt, ja. Ich bin rechts, jester Führer. Äh, du, Führer, Junge, du hast den, den Scheiß zu, oh, Alter, hast du geile, kleine, ne, ich möchte auch so geilen zu, äh, super. Ey, wir gehen jetzt hier lang. Oh, Alter, meine Maus ist übelst empfindlich. Hey, warte, Leute, lass mich hier alleine. So, jetzt gibt es Jas, und Jas, voll Jas. Wir werden dritten jetzt, ist, 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 ist Jas, äh, ist Jas mal der Führer? Ich bin der zweite, ja, erster Führer. Okay, oh, scheiße, ich werde bestimmt als erster Defressen, weil ich hinten stehe, hier wichserl. Okay, der in der Mitte würde mal als erster Defressen. Ah, Nup, haha. Oh, Gott. 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 Ah, doch, hier war der ein Settel in der Mitte. Rennen doch nicht so verdammte Kacke. Ja, gerne, und nicht, Junge. Aber guck doch mal, wie langsam der Settel. Settel. Niko, ich muss einmal in den Augen. Niko, bleib mal kurz stehen. Settel du auch. Aber ... Wenn wir stehen bleiben, dann läuft doch mal. Niko, Guachim. Ich denkst, wie du glückliches tun, Junge. Oh Gott, er ist es halt so gut. Ich bin nur da. Seine Mutter ... Es war ein Mensch. Ja, er war ein Mensch. Er war ein Mensch. Ja, er war ein Mensch. Er war ein Mensch. Ja, ich bin nur da. Oh Gott. das war gut der war hier gerade der stand rechts von uns der stand der Hurensohn los 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 ja doch dass wir nicht alleine ach ein Baum ich bin der Führer du bist der Führer in den Wald 7 2 Junge er ist der Kostensieger ich glaube ich hab da recht wieder Augen gesehen oh bitte, wieso siehst du, dann hast du so viel Gras hier raucht jetzt, ich wüsste mal sehr rauchreif da sind Flugsaxe ja, wo hast'n Zettel, ich seh'n Zettel doch, scheiße, scheiße, scheiße rennt, rennt oh nein, Leute, ich will euch nicht verlieren weiter hinter mir Alter, habt ihr die Augen mir sehen habt ihr diese Ruhe gesehen, Alter Alter, warte, lass'n hinter uns, oder? ne, lauf'n hier hinter mir Alter, hach'n hier schon nein, verfickte Scheiße selber, hast'n mich, hast'n mich? hier, ich lobe jetzt hier im Kreis, also, zurück zum Flugsaxe ich schweige, ich schweige, ich schweige hier so ein Flugzeug, hier da, Sägenzettel, scheiße geh'n mal hol'n so ach, äh, jassi äh, jassi wie, wie klick' ich in den Land? links, 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 klick renne, 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 renne man, lass'n uns abholen! scheiße soll er denn? 0,4, rennt weg! oh Gott los, weg, weg, weg wo, wo, wo lang hier längs, genau, hier, 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 hier habt'a? scheiß Ort, Alter Alter, hab' ich mich erschrocken, erschrocken, ey mag's nicht geh'n wir hier lang, ja? ey, aber, aber in den einen Video war's aber doch so, dass der Wolf noch richtig geschrien hat, Alter hä, na hat er ja, oh, wir waren so laut und dann haben wir deswegen gehörert ah, fuck! hab' ich das Spiel echt so leise? man sprintet doch nicht immer, der ist so der Sprint für später weg! ok, ok, dann springen wir jetzt nicht mehr was durch den Standort der Standort der Warnung und Lofloppe Lofloppe und sofort weiter ihr witzert doch noch kaputt der Klinik durch der Berger Führer der Bekannte Kanzler vor mir steht nee ich stand davon hochlich 8 8 8 das ist ja noch schlimmer als Slender Slender ist ein Scheißdreckter gehen Slender ist ein Sechsjähriger das ist ab 12 ich hab mich da hingekackt der Kackstift ist weg wieso bin ich eigentlich der Führer denn wer als Erster wie erschrocken Hallo wer wohne grad erschreckt was war denn das Alter Leder Wanderwanderung und Stabonisch hat die Wanderwanderung aber was in der Welt ist die Niederwanderung der Verwärter bitte darf da ist ein Kost der Siegwanderung der Stichwanderrück da wurde den Klingfängig hier zum Abfall in 10 Städte Gassi Giffen Städte Eintracht er sieht er wird es in der Nähe gehen wir vor sich als sie kamen ich wurde schon mal schreckt also ich bin und ich bin ja das ist ein Statue und ihr könnt hier der Zoll der Stadt und Kinder der Stadt bestätigt die irgendwo kommen ich muss auch also alle Augen Jungs ich sehe genug ein bisschen mehr auf die Böhm dort sind nicht so nicht scheiße muss nur die Scheiße ich hätte es ein bisschen im Klick zu tun jetzt die Leute wir laufen gerade als Bauarbeiter über den Friedhof du musst du verhalten Reden wird so auf aus dem Schiff steht steht schiert was aber da war da war der Gotti schrieben Scheiß das Land die dritten der einzelnen die Kappt haben auch gelungen der Kölner der Witzel ist sie geklärt ist da wurde der Laufweil ist erlaubt ihr dann auch weiter hier rechts und aber mal ein bisschen weiter der Probe im Kreis der mich gerade an den Schienen Rappen 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 zusätzlich zu balcony in Sichtbar geworden wir wollen für unseren Blumen genau man locked war hüten glasses ich bin und nicht drin gehen aber war ganz langsam zu tun dass sie durchschnittlich voll voll und klar war auch vor mir das ist ja halt klar kommen ich glaube dass du auch ich möchte ich habe auch darauf dass er nuns ich verstehe davon verpflichtet zurück er hat immer was wir wollen erkennaß und so ein baut und wieder auf mir linksland kann und jetzt sind ein Lohränder, Alter! Ey, wo gehen wir lang? Der war da, der war da! Lass mich nach links laufen! Nach links! Den Weg lang, woher war ich? Ja! Ich hab mich jetzt schon viermal erschrocken! Niko, go! Alter Scheiße! Alter, besser! Fuck! Leute, ich komm zu euch! Leute! Das hinter uns rennt! Das hinter uns rennt! Das ist hinter uns! Rennt, rennt, die Juhu! Das ist ein Zettel, kommt mir hinterher! Da, kommt her! Ich schreit nicht, die mich so an! Aber die Folgen, Alter! Weiter hinter mir! Scheiße! Was ist denn das? Ah! Ich liebe dich! Ich liebe dich! Ich bin kein Bürger. Links, 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 links! Rass uns, rennt! Rass uns, rennt! Rass uns, rennt, rennt, rennt! Links, 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 also gerade aus jetzt. Der hinter uns steht hier hoch. Einfach, einfach, gerade aus. Ja, immer gerade, boah! Guck! Ja, was ist denn? Oh, scheiße, hier ist noch ein Zerun, wir gehen rechts, lang! Rechts, rechts, rechts! Okay, rechtslos! Ja und, ja. schwarzer Zaun genäglich hoch die Taschenlampen aus Alter ich kann ja richtig durch die Einigung ich dürfe nicht dran denken damals wird schlimmer als Ländern das ist nicht, hier ist irgendwas das ist ein großer Baum oh nein, von Slender oh nein stell dir mal vor jetzt wo das Ländermensch der Zeit ich würde mir merken was Ländert komm mit, komm mit, komm mit man hier kamen die Augen, lasst mir zum Glück schon weg weg, 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 weg. Leute, Leute, warte, komm weg runter im Wald hoch Alter, er stand mit viel, der stand hinterm Baum, der stand hinterm Baumfahrt dann normal oh, was ist los? Alter, what the? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Alter, ich... ich bin allein ich bin allein da ist er hier lang geworden der war hinter dem Bau der war fünf Meter hinter uns der Brüder weiter hinter mir geh ein ich hab mich unterholt ich bin wieder gleich ein ich will nie Bauarbeiter werden verdammt du bist du bist du da? ich bin hinter dir ach so ich dachte du bist du hinter mir wir laufen hier lang einfach mal lauf mal wir sind auf so ner Patrouille man sprinter doch nicht an der Hunde es tut mir leid ich hab Angst AHHHHH da ist er fuck shit Leute wo seid ihr? wow 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 Leute komm zu mir bitte ich kann nicht mehr sprinten Bist du bei mir? Bist du bei mir? Scheiße das ist mein Ländler aus Nein das war Arsch ich bin tot Nico ich bin hinter die Hose Simba? gehst du noch? was war das mit der Taschenlampe los? die sind immer so dunkel nö ich kann ein Spiel immer öffnen es ist vorbei es ist vorbei Scheiße ja sie drehen ich bin tot ich bin tot Leute ich bin tot du bist tot ich bin tot ich bin hinter die ich kann auch sehen dann laufen wir mal hier im Wald lang ich bin tot ich bin tot also kannst du aber nicht mehr zu uns als Born nein es war ja so dass ich aus Versehen auf den scheiß Knopf gekommen bin und dann ist plötzlich mein Spiel aussehern und ich kam nicht mehr rein also es ist es war die Anzeige nur minimiert und ich kam nicht mehr rein und dann hat es viel weiter angebrüllt geh mal hier lang gerade aus ich ein bisschen ich wünschte Dir wer ? Leute danach spielen wir noch mal runter wirklich diese Dreckshuhr ein weiterhaltig vor Ort der Kackstüter Söder hat er hat sich um das zu tun die uns in der Regel macht es einfach die so ist die Hochschule vor die kann uns nicht leiden und ich erschreckt mich immer wieder konstruiert der ist wohl von Piotr also kommen wir werden Köln der Saison bei der Sitzkrieg das gehört auch weiter ich habe die volle Granate eingekauft haben ja aber wenigstens Schlusswester mit dem Weg nicht da war nicht wahrer Weg 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 die Karte ist es gut da war unterdruckt ne ja ne wird rotes oh 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 ja ja hör die Schnauze ey bist du mal hinter mir jetzt wo wollen wir uns einfach sterben lassen bitte den Cup gehen los na geht doch also lass uns doch umbringen und dann spielen wir mal ne Runde lass uns umbringen und dann spielen wir mal ne Runde ja lass uns umbringen dann spielen wir mal ne Runde weil die Letzplay war zum Schluss ein bisschen verkackt guck mal hinter dir da ist er da ist er hier ich guck da nie hin ich guck da nie hin ich guck da nie hin oh hat er mich geprägt oh ja you are all dead toll ja aber irgendwie verstehst du Leute endlich ja das war das hier Letzplay gib Gas gib Gas ich krieg nie genug und gib mir mehr Leben ich bin voll auf den Zug gib Gas gib Gas komm schnell mit ein das Leben kann so einfach sein